ARD Text im Auftrag von Funk Wie geil ist das denn? Es ist gestorben Hier ist überall Wasser Auf einmal fällt der runter Wie geil Machst du gerade nen Trainerkampf? Ja ich glaube ich werde verlieren Ich kämpfe jetzt auch mal hier hinten Gucken wir was wir hier so haben Wer ist noch ein Trainer? Ist der gerade despaunt der Trainer? Ja passiert manchmal Manchmal haben wir jetzt gesehen Wollte er angreifen, direkt kurz bevor der Bayern kam ist er despaunt Na kein Schein Nein Wollen wir umf ich starke Siehst du es auch Wind? Was seht ihr? Das Mackervieh Loch Ness sehe ich gerade Wat? Ja hier hinten Loch Ness Loch Ness Was? Oh ich habe den Pokéball daneben geworfen Lapras Du hast Lapras angegriffen Ok jetzt gehts los hier Oh Level 40 Scheiße Was ist Lapras nochmal? Ein Wasser Pokémon Das sieht aus wie Loch Ness Ne Loch Ness sieht aus wie Lapras Ok ich muss zurück meine Pokémon sind tot Hä? Du ist hier noch mein Wieser Knospen Du bist tot Magmon Wette Na egal Das ist tot und läuft hier rum WTF Verrückt Verrückte Welt Yeah Geil Nächste Pokémon Ja ich habe ihn besiegt Wo seid ihr? Leute es lebt doch noch Wieso Das ist mein Sherlock Wollten wir nicht Wollten wir nicht weitergehen Wollten wir eigentlich aber ich fange ganze Pokémon Das ist mein Sherlock Den da Achso müssen die anderen sagen Das ist stärker als meins Äh Äh Wo seid ihr? Da ist noch so ein Vieh Scheiße Wenn einer von euch ein Scheinux fängt und hochlevelt dann tauscht ich das gegen AK Leute wie viele Lapras Alter ist es 47 klar Äh wo seid ihr jetzt? Ich bin shiny Lapras Ich bin shiny Lapras Wo seid ihr jetzt? Äh Ich bin ab vom Schlag Ich habe den Trainer besucht Aber ich weiß nicht wie ihr seid Aufm Rückweg bist du? Ich bin aufm Rückweg ja Ja ich gehe auch kurz meinen Pokémon heilen Das sind ebenso komische Schildrollviecher Ey die Lapras despawn alle Ich bin hinter dir Alter was soll denn der Scheiß Ohne Witz ich Was ist das denn? Ich bin auf die Lapras zu und die despawn alle Alle Jedes einzelne da waren 20 stücke Guck mal Tasne Ja? Gut Alter ist das beschiss LOL Geil oder? Aber irgendwie ist das hässlich Ja aber Geil Kann ich drauf reiten Magma Magma Achso Magbrand oder Magma Keine Ahnung Wollen wir nicht erkunden gehen? Wir sind jetzt hingegangen Und direkt wird Ja ich muss zurück gehen weil kein Pokémon Also alle fast tot Oh da war ein Milktank Ein Milktank Ein Okay Oh Gott Ein Milftank Haha Ein Milftank Ein Milftank Oh naja Ein Milftank Ein Milftank Ein Milftank So ich will jetzt noch Oh ich will Glurock Wollte ich jetzt sagen Mein Sherlock Ein wirkliches Glurock 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 ist auch voll geil Toxic und so ne? Was war denn nochmal das erste Von Glurock? Glumanda Glumanda Gehen wir auch Fynn unterwegs noch Brauchen Glumanda Oh mein Unterwegs Ja wir müssen immer wieder los Wir müssen in Richtung Schlucht gehen Wieso Richtung Schlucht? Ja hinter die Schlucht gehen am besten Weil vorne war ganz viel mehr Ey Willi Ja Popperi Muss aber noch ins Poker Center Jetzt poke ich sie Wo mach das? Na ach geiler hab ich angegriffen Ey kaum essen von den Pokémon so gar nix Oh Fun So Ponita hat ein HP Ich bin im Kampf trotzdem Es ist schon 32 deins? Ja Meins ist 33 Warte Wasser war gegen Erde gut ne? Wasser ist gegen Erde gut ja Na gegen alles außer Wasser Das ist gelogen Mein Schilock ist 33 Ja jetzt Ok ich muss nicht beeilen Ich will meine Evolution vor deiner Hand Ach doch Ach doch Wieso was denn los? Was hast du denn Evolution? Was hast du denn für eine Pokémon jetzt Danny? Ehrlich? Ich habe ein Zwirtronin Ja Level 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 33 Ja Ein Tyrak Krok Wie heißen es auf deutsch? Keine Ahnung Keine Ahnung Von Kanimani Im Pagato? Ne Ne Das letzte ne? Im Pagato war das letzte ne? Im Pagato war das letzte ne? Ich habe jetzt ein Ich habe jetzt ein Schilock Level 33 Fukan Level 20 Den Taraz Level 20 Georock Level 31 Und ein Magma Level 32 Das ist ja ungefähr genau wie ich Naja das ist uns nicht viel schwächer Mein höchstes Pokémon ist ja 25 Übermorgen Ja Ach ja Übermorgen Wo seid ihr denn jetzt? Ich bin jetzt wieder in der Wüste Was in der wo wir hergekommen sind? Ja wo wir grad waren Wieso denn? Ne na da Da gehts doch nicht weiter Das ist doch scheiße Wir wollten doch Richtung Richtung Schlucht gehen Ja Da noch weiter Aber warte ich muss da ganz schnell ins Pokémon gehen Ist doch kein Problem Oh ich habe was neues Ich lauf einfach Wachstum? Ne wachstum mal lerne ich nicht Du weißt was Verteidigung und so ne? Und jetzt müsste so eine Unterwegssituation haben ey Was mach ich mal? Ja so der Attackentyp So Angrifftyp Oh Gott ich denke wer wüsst Das ist viel zu Oh jetzt wurde ich angegriffen Das ist nicht gut Ja besiegt worden Alter wie viel Wie viel Krabben auf dem Auf dem Poké Center sind Alter Krabben Voll heftig Ja ne die heißen bei mir Wo seid denn jetzt? Seid ihr in der Schlucht? Ne ich bin gerade noch Poké Center Aber ich komme jetzt zur Schlucht Ich habe ne Möhre Also Ich habe sowieso ne Möhre Aber Ich habe eine gefunden Ich habe ein Flemly gefangen Ich muss dich noch anpflanzen Ich muss dich noch anpflanzen Aua Aua Kann ich mehr rennen Nein Nein So Ich muss noch ganz schnell zu mir zurück Boah der Wiche Hey hey Das Buck mit dem Scheiß Ding Das ist voll anstrengend ey Das Reiten buckt ihr überhaupt nicht Ich bin ja an der Schlucht übrigens Ja wartet kurz Ich bin nochmal kurz auf dem Weg Ja gib Gas alter Ich will mit der Aufnahme hier nicht stehen Aaaaah Jetzt konnte ich das Pichu nicht fangen Weil ich angegriffen wurde Ich muss noch Pichu gefunden Ich muss noch was trinken Das stand hier rum Einfach mal so wie ich es kann Ne Noch ein Tour Talk Alter ich finde hier nur Tour Talks ne Bisschen du Bisschen du Ich bin ja auch an der Schlucht An der Schlucht bist du jetzt mittlerweile Ja schon lange Ja na hat er dann gesagt dass er das Ja hat er irgendwann mal gesagt Ach komm geht mal Geht mal alleine los Weil ich brauch wirklich noch zu lange Was machst du denn die ganze Zeit ey Ja na ich werde ständig angegriffen Ja mach mal der Pokémon endlich hoch dass du nicht mehr Gächt stirbst ey Willi hast du Bock auf ein Arcani willst du eins haben Ne Ne Ok Eigentlich ja schon Wirds nämlich tauschen weißt du Jetzt ist tot Warum Na weil ich hab sowieso Äh Ein Pokémon zum Reiten Und Arcani ist nicht das was ich brauche Und du wolltest ja eins haben Deswegen Ja nö Ich hab mein eigenes Okanomi Ach dann feurige Cool Ähm Kann man ja Kann man auf Tauros eigentlich reiten Ja Willi Ja Ja Geht mal alleine los Ist Luxio gut Ähm So ein So ein Ich frag das ist Ich kenn mich mit den neuen Generationen leider gar nicht aus Naja also ich hab das mal gefangen LoL Man kann die Moneyboot aber mit einem Schlag besiegen Ja diesen Schlag Wie viele Eben hatten das noch Na ja noch Half-Life Jetzt kannst du es fangen Jetzt kannst du es fangen Ähm Du musst es rausschmeißen und dann rechtsklick Wie auf dem Pferd Äh Achso meinst du das? Geht nicht Waa Wie es geht nicht? Und wenn ihr auf dem Warum sollen wir auf dem Taos nicht reiten können Das macht überhaupt keinen Sinn Jetzt hab ich es gefangen Und Und Wieder freilassen Ne Kann man Ja kann man Du kannst es wegschmeißen Ja aber dann ist dein Ball auch weg Ich schreite schon drauf Keine Bowls Na ja Leck mich doch Leck mich doch keiner hart Oh Fick dich Aua Oh die Straße Mann ich kann doch nicht reiten So ich mach mich jetzt nochmal aufm Weg zum Pokesse nin fret doch nicht Was Jetzt kann man zu zweit darauf reiten Ich mein, das Ding ist stark, es ist noch Stein Ja, das stimmt wohl Aber nein, das ist auch super schwierig, die Steuerung Nein, Alter, ich bin von einem A-Bog angesprochen, ernsthaft Boah, oh Gott, sie sind einfach so inkompetente Scheiße Inkompetente Scheiße Kann man eigentlich... Wieso können wir den Zerbony einfach auf Peaceful stand, dann müssen wir... Oh, hier ist noch so ein Viehpuppe, äh, Tosni Da haben wir keine Pugma rumlaufen Wo denn? Noch so ein Georock Wo denn? Oh, noch eins Ja, wo? Beim Dorf Oh, mein Kahnimani ist schon tot Hallo Hier Aber das ist ja 35, ne? Ja Aber das ist kleiner Viel kleiner als Melz Und weitergehen Okay Was mit dem da? Das ist ja 30 Und... Fick dich Wurde einfach angegriffen Das ist natürlich schade Tja, Rammlos Filibus Bring mal Spaß an Kater Also... Alter, hier ist auch zu Ende? Ne, dann gehts weiter Der Ente hat auf der Insel gelandet Ne, dann gehts weiter Ja, das ist kurze, ne? Was ist das denn? Nur Insel, ne? Ja, ja, irgendwie komisch Überall Na ja, das ist doch bei Pokémon auch so, ja? Nein Ne, ja doch, Pokémon ist auch Insel Und dann dann... Und dann dann... Tod Und dann dann... Tod Uncool Wir sind Pokémon Meister Entgeht das? Ne, noch nicht Aber wir wären Pokémon Meister Geht das? Das ist kein ME2 Macher, sonst geht das? Das ist mein Spruch Alter, guck mal, wie klein! Wie klein das ist! Das kleinste Vulkan in der Welt Alter Es ist so groß, wie wir haben dein Fuß Ja Großen dein Fuß Knöchelchen Oh, guck mal, da ist ein Vieh Töten 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 Oh, nein! Ach, schweiß, komm! Wulpix geplättet Äh, Vulcano, meine ich Two-Head, easy! So, nächstes, nächstes Vulcano So, wo bist du? Bin hier! Oh, hier ist ein Pokémon extra! Ernsthaft? Ja, ich hab eins gefunden Also mal guck, wie viel Aufnahmen haben So? Hier, 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 hier... Ha, hä 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 Meins, meins Ha ha! oh, ich hab'n Beleber Ich hab'n Top-Beleber Also wenn mein Pokémon tot ist, kann ich's wiederbenehmen Mit voller Stärke Wieso findest du eigentlich? Oh, ich hab auch einen gefunden So, ist das, das ist rasch So, jetzt hab' ich auch drei Pokémon Oh, hier viel Master Ball Ding Echt?! Nein! 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 Alter, wollte ich schon sagen, ey! Ich war da vorne. Ich glaub, der Mann wird's, ich wollte den gerade bringen. Ich würd grad sagen, oh, hier ist sowas, oh, gerade, oh, jetzt ist doch kacke. Danni, wie kannst du die Pokémon bei dir nochmal durchchangen? Neben der Löschen-Taste, wo man Wörter, die man geschrieben hat. Links daneben sind zwei Tasten. Ich steh hier noch. Ich hab fast kein Essen mehr, ne? Ich auch nicht, danke. Und geh mal rüber zu Popel und sag ihm, wie das geht. Popel, soll ich dir mal kurz helfen? Nein! Nein! Nein, ich hab das schon. Also, Popel, es zerfangen uns eigentlich in Ruhe. Nein, ich muss jetzt hier Kampf machen. Chill doch mal. Chill doch mal. Alter, 53, ey. Ja, das war's mit dir. Danke für den One-Eat, du Arschloch. Legg, 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 legg. Legg, 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 legg Ja, ich muss mich mal wieder waschen. Oh Gott. So, noch einer und ich müsste eigentlich aufsteigen, theoretisch. Ja, bei mir auch. Ist da 35 oder was? Ja, 35,5. Ah ja, 35,5, ja. Ja, geil. Aua. Oh, hier ist ein Tempelrammer. Das ist wo? Tempel, hier. Komm mal. Was für ein Tempel? Wüstentempel? Ja. Machen wir zwei Zweikisten mit der vier Kisten drin. Ja, können wir machen. Aua. Äh.